Steffen, welche Informationen hast du denn über den allgemeinen Frontverlauf? Weil die Meldungen, die wir sowohl aus Russland als auch aus der Ukraine bekommen, da gibt es Gewinne, da gibt es Verluste. Aber für uns ist das unabhängig schwer zu überprüfen. Also immer wieder, wenn wir mit den Soldaten sprechen, und wir waren gestern etwas nördlich von Bachmut beispielsweise unterwegs, und da hören wir immer wieder von sehr großen eigenen Verlusten. Und Bachmut vielleicht ein interessantes Stichwort, da habe ich die Soldaten gefragt, warum eigentlich Bachmut? Hat das vor allem diese symbolische Bedeutung? Oder warum geht es hier? Und sie haben gesagt, nein, eigentlich geht es darum, russische Kräfte zu binden, den Russen weiter Verluste zuzufügen und dafür zu sorgen, dass auch ein militärischer Fokus für Moskau auf Bachmut bleibt, um dann aber an anderer Stelle besser voranzukommen. Und da sind wir dann wieder im Süden, wo man weiterhin versucht, in Richtung Süden, in Richtung Melitopol vorzustoßen. Auch das immer wieder unter Verlusten. Ein Sprecher der Südstreitkräfte hat uns gesagt, dass man aber in der vergangenen Woche über fünf Quadratkilometer hat befreien können. Und dass man versucht, jetzt diese Linie, die man geschlagen hat, diese Bresche, die man geschlagen hat, nach Osten, nach Westen zu erweitern, um dann bessere Möglichkeiten zu haben, mit weiteren Truppen nachzustoßen. Aber auch da dasselbe Spiel. Es ist ein extremer Abnutzungskrieg. Und dass es dort schnell, wirklich schnell vorangeht. Die Soldaten, mit denen wir auch sprechen konnten, die haben nicht den Eindruck, dass das wirklich passieren wird. Steffen, danke für diese aktuellen Informationen. Und du und dein Kameramann Andreas, bitte passt weiter gut auf euch auf. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken. Und dann geht's hier.